Herzlich willkommen zum Bahnverkehr am Bahnhof Riesa. Ich stelle euch ein neues Video den IC Richtung Chemnitz Riesa nach Berlin Warnemünde aber das Video ist aus Riesa. Riesa nach Berlin Warnemünde aber das Video ist aus Riesa. Riesa nach Berlin Warnemünde aber das Video ist aus Riesa. Riesa nach Berlin Warnemünde aber das Video ist aus Riesa. Das war's. 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 Das war's.